ich wollte gerade anfangen drehend das finde ich mal geil dass man gleich bei so einem auto geiles stadtmenü egal wie gibt es das kann das wieder da den schmeiß ich mir gleich mal in den nix gelegenen garage das muss jetzt wieder reinkommen das ist die nächste werkstatt von mir da ist wahrscheinlich ein dorf aber von mir ist hier meine mission das ist die so welch punkt auf garages setzen die wagen geil Wir könnten es einnehmen und dann hier entsprechen, ich glaube nicht, dass das Auto dann da bleibt, oder? Wir fahren jetzt einfach mal die drei Kilometer danach, können wir das Gebiet hier gerne einnehmen. Diese Sammelobjekte, das mache ich vielleicht mal später und dann mache ich ein Video davon, wenn ich das letzte gefunden habe. Obwohl, die verklickern ja auch in die Geschichte. Aber ich finde es auch gut klasse. Sieht geil aus. Die Stellung ist ein bisschen bescheuert, aber es gibt auch nicht Vollgas, sondern es war etwas gemütlicher, auch wenn ich über 100 Sachen drauf habe. Bremsen. Der hat nicht gerammt, der hat jeder gesehen. Das war der Schwarze Dome, wenn das wieder so ein Bomber warst, von HSW, glaube ich, schießen die. Dann gott sich los. Ich musste meine Basis dafür aufgeben, dass mich der Dinger nicht mehr angreift. Ich erinnere mich noch ein bisschen mit der Bavarium-Rakete, die wir dann ablenken sollten. Wir sollten die eigentlich in den See lenken und haben sie stattdessen dann auf den Turm gelenkt, auch wenn ich den Turm gerne als Basis behalten hätte. Wenn ich so ein Hauptquartier habe. Das war das Geilste mit den Bombern. Ich konnte die einfach gebrauchen, um die Gegner auszuschalten. War natürlich meine Geschwere, weil ich nicht stehenbleiben durfte, aber ich würde es ja nicht viel Spaß machen. Jey, da kann noch was dann sein. Was ein Ultime macht, will man doch immer mal. Fahrzeug freigeschaltet. Mugello Raffinati. Wie der See. Das Fahrzeug ist jetzt freigeschaltet und wird in deiner Rebellenabwurfliste angezeigt. Perfekt. Wenn du was machst, machst du es richtig, Rico. Na ja. Sollen wir erst die Dörfer hier einnehmen oder... Story. Ich brems mich so viel zu hart, ich sollte es etwas realistischer machen, weil ich bremst so zack, der Dinger steht instant. Ich glaube es aber irgendwie ein Ort, so wie bei... Burnout Paradise, wo man einfach durch die Tankstelle fährt und dann das Auto repariert. Gäbs das ja auch. Einfach kurz mal durch eine Tankstelle oder etwas fahren, was Autos heilt. Mir ist eh was... ziemlich... geniales aufgefallen. Ey, ich weiß nicht, ob es... ein Spielfehler ist oder einfach nur fauler Entwickler. Bei Burnout Paradise ist es ein Spiel für die PS3. Und dort ist es so, die Fahrzeuge, die man fahren kann, sind eigentlich recht cool, aber... man kann unendlich Gänge, die hören nie auf mit Schalten. Man kann natürlich bestimmt, wie viele Gänge dieses Auto jetzt hat, indem man einfach bremst. Und da schaltet zwar nur unendlich mal hoch, aber runterschalten tut er... tut er nicht unendlich, was eigentlich gut ist. Und das Beste ist, das Auto wird ja nicht schneller. Also es wird ja nicht mehr schneller, wenn es an der Spitze ist, aber es schaltet und schaltet und schaltet und schaltet und schaltet. Oh nein! Das ist der Turm, den ich als Basis wollte und dann... um meine Stadt zu retten und sprengen musste. Und ich habe vergessen, meinen Timer anzumachen. Nein! Heute haben wir einen Timer an... Ich weiß jetzt nicht, wie lange spielen wir hier schon. Also, einen Moment bitte mal kurz... Ehm... Ich kann die Öffnung, den Timer anzumachen. Wir machen jetzt noch 15 Minuten. Das ist ja eigentlich eine normale Folgenlänge. Starten. Das müsst ihr... Ja, das müsst ihr... Leise genug sein. Ich will halt nicht, dass ihr unbedingt jetzt mal hinweg gehört. So! Einmal. So! 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 die Kühe schützen was ist so wichtig wo steckst du da bin ich aber froh dass ich kein prinz bin nein wo steckst du sag mir wo du steckst damit ich dich umbringen kann nur dein Kuss offenbar die Wahrheit ich drehe dir den Hals um verdammt du bist nicht mehr mein bester Freund wir sind unten auf dem Weinberg auf dem immer die Mubello Spezialräder angebaut wurde für Murio mach ich doch alles naja es ist nicht sehr gesund eine Kuh zu küssen tut mir leid Rico aber das war total witzig du hast ne Kuh geküsst du küsst gleich mein Schuh wenn ich ankommen er küsst mein Schuh wenn ich da ankommen es war doch klar dass man mit dem Weinzüter ist da braucht er mir nichts verenthalten wieso springst du nicht mit dem Fallschirm mit dem Fallschirm kommt man vor einem kleinen Meter voran ich hätte trotzdem gerne eine Mini-Karte ich hätte trotzdem gerne eine Mini-Karte wie kann ich in einem Visier der Obrigkeit sein das Gebiet gehört mir ja jetzt das wird ja lustig hierher in den Trak der Trak da ist mit dem Wein nicht irgendein Wein das ist der Mario Frido der Alkoholischen Getränke der hätte man einfach noch viel mehr Fels erlagern können bäh ich fand ja schon deinen Ritt auf dem Flieger krass aber auf ne Rakete Mann ich werd nie auf ne Rakete reiten selbst wenn ich 200 werde werd ich nie so was cooles machen ich kann dir aus Erfahrung sagen auf ne Rakete reiten ist ziemlich cool der Wein ist gut Prima Qualität der General weiß verschmeckt er lagert ihn in Holzfässern statt in Öltonnen was für ein Fusel kippen sie in Ölfässern den ganz schlechten hab ihn selbst probiert ich glaub das war kein Wein sondern einfach nur Öl was er getrunken hat die Leute hier fahren echt seltsam ich kann da nicht mitreden ich war ja ganz ich verliere gleich ah ich hab Tücher ich hab zu viele Fesse verloren ah wie geil die haben den ganzen Bein fliegt da war das geil da war das geil ich will auch mal so ein Schiff oh das wird schön mit so einem kleinen mit so einem kleinen Schlachtbügel durch die See fahren und irgendwas kaputtschießen muss man erlebt haben love it Wein? nicht irgendein Wein das ist der Mario Frigo der alkoholischen Getränke ich glaub dir das was getrunken so widerspricht ich fand ja schon deinen Ritt auf dem Flieger das aber auf ne Rakete Mann ich werd nie auf ne Rakete reiten selbst wenn ich 200 werde werd ich nie so was cooles machen ich kann dir aus Erfahrung sagen auf ne Rakete reiten ist ziemlich cool tut mir leid dass ihr das jetzt alles wieder anfangen müsst und die Fahrt wird wahrscheinlich ewig sein weil ich jetzt weiß ich soll vorsichtig waren und jetzt erstmal die Mission oben gelitten haben was für ein Fusel kippen sie in Ölfässern was für ein Fusel kippen sie in Ölfässern wieso fangen hier ich hab ihn selbst probiert da da der hat aber auch Ideen da ist Ölfass was mach ich als erstes ich trink draus weil an der Nähe eines Weingartens steht muss er bestimmt gar nichts voller Wein drin sein was ist dort hochgegangen ähm läuft's der Typ verdächtig ich bin froh dass du die DRM abgehängt hast aber wegen der ihren Automobilistas das sind mindestens 400 Gallonen Wein hier wie viel ist das in Litern ne Menge ne Menge kaum jemand weiß jetzt wie man darum rechnet der Track brennt wow ich hab mal lieber Abstand bevor er jetzt ja ja der Track brennt genau bevor dieses Bomben Spektakel aufkreuzt ok ich bin im feindlichen Gebiet ich hätte die erste alle weg ich hätte wirklich erst die ganze Gebiete machen können aber man muss ja auch mal gut das war ein wohl willst du mich schicken na wie wieder freitod wie wie der springt einfach bei voller Fahrt raus aber ... 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 ich bin im Schloss ich bin im Schloss aber ich mach's nicht ja das war mal eine ruhige misst und jetzt nehmen wir die stadt ein oder ja du kannst du schluss da haben wir schon hier gefällt nur noch die stadt die nehmen wir da auch gleich ein haben nur die zwei städte ein eriko die ravelos leute sind seit einem ritt auf der rakete hinter deiner freundin die meyer da braut sich was zusammen um wir treffen uns bei diesem leuchtturm ich dachte er rennt weiter es tut mir echt leid aber ich dachte er rennt jetzt weiter aber nein er blickt einfach stehen und hat nichts mehr gemacht das ist auch mies kommt durch den druck meiner fuß ich glaube ich brauche ein anderes shampoo oder was du spiel er scheiß drauf ich brauche mir ein truss durchgehalten ich weiß nicht ganz was ich damit wo bin ich ist hier irgendwo noch ein panzer mit einem panzer dort einbringen ist das nicht übertrieben ich glaube ja nicht hat ist ein gut ich Naja, so ein Kampf-Heli tut es auch für einen Moment. Babica, da Babisa, ist mir egal. So, noch kurz mal Urlaub gesteckt. Ich lade ihn nun mal bitte nach. Ich konnte fast wetten, ich muss die Dinger wieder zerstören, ne? Lautsprecher. Kontakt, alle Einheiten hierher. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Die Stadt ist riesig. Oh nein, ein Heli? Wir machen erst mal Gradao hier. Ja nicht, bitte. Wir verschwunden alle. Alles ... Alles was ist nur wie viel. Aber wir haben nur Eisler... Oh Gott, dass er für ein Arscheliegt. Das bringt sich voll, Alter. Gut, jetzt muss ich Sachen kaputt machen. Das wird gleich richtig geil aussehen. Okay, ich muss erst wieder reinkommen. Au! Zack! Ne, er lebt nicht mehr. Luftunterstützung ist unterwegs. Alter, will ich lieber. Das ist schön wieder hier zu sein. Au! Auf! 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 Ich will ihn весьm Mast umwerfen! Ah! Gut! Ich muss von dem Generator rausholen! Gut! Lautsprecher sind weg. Späule Propagandaschilder! Da wär's ... Wenn ich ... Heli oder etwas in der Art hätte! Okay Haltet Mami Luba wir machen uns das jetzt hier auch nicht unnötig stressig und die Monitore sind weg jetzt müssen wir nur noch dieses Propaganda schöpfen um ehrlich zu sein, mit dem Heli wäre das einfacher ich gehe die Ortseingänge erstmal durch, weil dort sind die meistens so, da, 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 da warte ich bin auch dämlich da ist es das wird doch angezeigt, je weiter ich vorankomme das hat etwas sehr entspannendes an sich so, ich nehme jetzt eine Hack dahin wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle dann wird es geil ok es hat geklappt, wie es sollte aber ich dachte, es wird geiler naja bis zur nächsten Folge dann euer Skyler Ciao